Wir müssen jetzt ein bisschen lauter reden, weil das iPad so weit weg steht. Das ist Klaus Weber. Und das ist Boris Barscho. Der geht nächste Woche mit mir zur Gamescom. Wir sind zwar alte Säcke, sind aber auch noch jung. Jeder Zweite in Deutschland spielt Videospiele. Wahnsinn. Und ich hab gar nicht verstanden, warum. Und in der ESL gibt's jetzt Doping-Tests wie in der Bundesliga. Also, gucken bei Phoenix. Gamescom 2015, das ganze Beat!